Ja und da bin ich wieder meine lieben Freunde bei South Park Stick of Truth mit eurem Kolani, der geschnittenen Version. Leider der geschnittenen Version, muss ich leider sagen. Viele Sachen sind in der geschnittenen Version gar nicht dabei. Achso, sollten wir es auch umbringen können. Geh den Elevator neben dir. Der Probe in deinem Scheiß sollte mit ihm interface. Mal sehen, was jetzt hier noch so passiert. Wow. Alienanzug. Du hättest ein Schild, der zwei Treffer wird das belegen. Außer jetzt. Zieh mal den Alienanzug an. Wer weiß, was für ein Jüt ist. Der hat ja auch einen Sticker. Die werden wir jetzt dicker raus. Anziehen. Und weiter geht's. Okay. Ach, das ist schon mal geil mit der Annalsonde. Das man hier belegen kann. Ein Jaguar haben wir jetzt auch schon hier von hier. Okay, wir müssen erstmal hier kurz runter. Oh, das ist ja... So, dann machen wir mal hoch hier. Das tut weh. Jawohl, wir haben zuerst zugeschlagen Wir können zuerst angreifen Ah, muu, muu, muu Zu mich auch, Bruder Da bist du sogar gedauern, Junge Ah, er hat Ausweichen, der ist natürlich blöde Ich kann nicht sein blödes Ausweichen wegkriegen Ich weiß es nicht Vielleicht mit der Isme Okay, das ist ja wieder normal Zack, jetzt kriegst du mit dem Pfeil Auf Wiedersehen, jawohl Kriegt der Zombie direkt, äh, kriegt das Alien direkt Angst Alien Verteidigungsmatrix Fügt sieben Verrüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe Das hört sich schon mal sehr gut an Sollten wir auf jeden Fall versuchen Zu nehmen Okay, ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht Randy, du musst dich jetzt erstmal gedulden, Mensch So schnell bin ich jetzt auch nicht Nee, fügt so und so viel Rüstung mit zu, war doch gerade Genau, setzen wir das mal rein Ne, da haben wir ja schon Und weg hier Alter, nicht euer Ernst Boah, ey Das ist wirklich richtig, richtig schlecht, Europa Vielleicht hätte ich das Ding wirklich auf dem PC spielen sollen Das ist wirklich ärgerlich Okay, let's try the other control Hope this one works Dass das in Europa Vor allem in Deutschland, sag ich mal, so geschnitten wird Aber na gut Viele wissen, dass Deutschland sehr, sehr Ja, wie sagt man Krass ist Und krasser ist, sag ich mal, mit Bestimmten Dingen Okay, ja, kommen wir nicht hin Kommen wir jetzt hier rüber Kurz wirklich überlegen Nein Nochmal neu Hier hoch Ich glaube, wir müssen um die Konsole erstmal nochmal betätigen Oder? Ja, das hatten wir ja schon Ich weiß gerade nicht, wie wir weiterkommen Dabei habe ich das Game quasi jetzt wirklich schon komplett Gleich mal bei Grunk gesehen Ach, okay Wie der das gemacht hat Grunk spielt ja auch die gepimpte Version, sag ich mal Jetzt sehen wir die Entschärfte ab und zu So Das Alien wird da erstmal übelst geflattert Wie hat sich gehört Die Hakenkreuze werden sie wahrscheinlich auch rausgenommen haben Wer weiß, wie sie die rausgenommen haben Bin ich mal gespannt Neue Nachricht von Kenny Klick auf Gefällt mir Wenn du findest, dass ich die schönste Zum weites Landes bin Also wirklich, Brunskate Du musst das nicht ständig posten Ja, danke Schiegt bei perfekten Angriffen 15 Schockschaden zu Kann man nehmen Ist in Ordnung Alter, ist also ein richtig fette Zepter in der Hand Achso, jetzt haben wir schon gehabt, oder? Jawoll, ich habe zuerst zugeschlagen Alter, wer ist er denn da hinten? Super Power Ranger Perfekte Ausweichhaltung, aha Ja, macht ein Reflektor-Schild an Alter, du Penner Ich habe keinen Bock zu brennen Halt, Rank So, haben wir jetzt schon mal einen Alien-Venia Alter 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 Ähm Dringend Einen Heiltrank Gesundheitstrank Kann er bitte endlich mal aus seinem blöden Rotstar rausgehen So, wie macht denn das jetzt? Alter Alter, wir haben jetzt die Hälfte des Lebens abgezogen Ausweichhaltung, Mama Ja Okay, ich leine jetzt gegen Mara So, Digga, jetzt hast du aber verkackt Mögst du brennen In der nächsten Runde Wenn dein blöder Rotz weg ist Ich hasse das richtig, ey Dass diese Leute immer wieder ihre hässige Defensivhaltung haben So, jetzt aber Nein Och ey, leck mir doch die Bugs, Junge Ist doch scheiße Nicht einmal den falschen Knopf und dann passt das nicht Ja, dann können wir jetzt hier so schnell drücken, wie wir wollen Alright Ja, und ob wir Randy jetzt quasi befreien können aus seiner misslichen Lage, das seht er dann morgen.